Und weil wir jetzt alle Freunde sind und die ja nicht nur Süßigkeiten bekommen sollen Schieb, 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 schieb Kriegt ihr jetzt auch noch Nassfutter Also Frischfutter Das da Dann holt es euch auch, ihr Pappnasen Dafür muss ich mich ja bewegen, das will ich nicht Das wäre ja fast anstrengend, wa? Genau Ihr Sackfalten Ey, komm her Will jemand eine Aubergine? Will jemand eine Aubergine? Willst du eine Aubergine? Musst du dir nur holen Ich weiss, du nimmst dir jetzt was Und rennst damit wahrscheinlich weg Oder auch nicht Ein anderes Meerschweinchen, was nach vorne kommen möchte Und direkt panisch wegrennen, sobald du was im Mund hast Ich glaube, Onigiri macht das Und was war mal das war? Da Guten Appetit Das kannst du haben, wenn du willst Willst du? Nee Okay, dann nicht Dann kriegst du das jetzt Siehste Die will das Aber ich wollte das auch Und so fühlt sich ein Napf, wenn ein Marshmallow sich nähert Bedrängt Hey, sag mal Wollt ihr nicht weiter auspacken oder so? Ist schon das nächste Türchen Und außerdem Hab ich Hunger Ja, das kommt jetzt auch nicht so überraschend, wie ihr manchmal denkt Meerschweinchen haben Hunger Nimm dir das Türchen Ein neues Wir haben schon fast die Hälfte geschafft Heute ist der zehnte Oh, oh, oh Da ist aber noch einiges vor uns, wa? Also, habt ihr alle Videos gesehen? Würde mich mal interessieren Schreibt es in die Kommentare Und wenn nicht, warum nicht? Und schämt ihr euch? Los, komm nach vorne Es gibt zu... Es... Oh, da geht nach hinten Ist mir doch egal Genau Petit Four und Jack Wenn sie es noch nicht gesehen haben Playlist gucken Und jetzt komm nach vorne Es gibt Essen Los, los, mach auf Mach auf, mach auf Was ist drin? Geil Ich liebe diese Dinger Das ist diese... Das ist so Heu Und andere Stuff Gepresst Und in so eine Heurolle Du hast zu knabbern Da ist einfach quasi alles mögliche drin Da stehen die auch total drauf Ich würde die selber gerne mal essen Aber ich glaube nicht, dass die für Menschen so gut geeignet sind Deshalb lasse ich das einfach mal Ihr Pappnasen Ihr könnt jetzt alle rauskommen Und ihr da draußen Könnt uns jetzt mal ein paar Fragen stellen Einfach, weil ihr das könnt Weil wir wollen demnächst mal wieder so ein, zwei Q&As machen Und wenn da ein paar gute Fragen bei rumkommen Umso besser wäre es So, Salt Es geht ja um die Süßigkeiten Ich weiß, das ist voll dein Fachgebiet Darum kommt auch einfach raus Guck mal Petit Four ist schon draußen Und hat schon direkt was im Mund Die macht hier voll mit Das ist unser Adventskalender-Superpartykind Und da liegt der Kommentar Und den ließ Sarah jetzt mal vor Aber nochmal ein Schwenker von Nigeria So ein schönes Schwein Und ein dreckiges Hintert Dann trage den Kommentar mal vor Trage vor Okay Aber das ist zu niedlich hier Kommen Sie näher mit dem Ton Von Celina Michelle Koch Ich habe euch vor sechs Jahren durch meine Cousine Mal auf der LBM 2019 Das ist ganz oft am Stand rotiert Danke für alles Und ich bin stolz darauf Ein Fan zu sein Dankeschön Eure Celina Mondschweinchen Ach das ist die Mit dem unendlich vielen Merch Ja Viele liebe Grüße an euch Haben wir ein paar Bilder von der Können wir das mal zeigen Die ist wirklich ein super Fan-Girl Also die hat so unendlich viel Stuff von uns Ja Grüße Einmal raus Aber auch bevor sich alle benachteiligt fühlen Auch Grüße an alle anderen da draußen Und Petit Four ist immer noch ganz alleine Ich glaube das stört sie nicht Geil habe ich alles für mich alleine Ja dann gönn dir So und so langsam sammeln sich ja auch die ganzen anderen Pappnasen Würde ich sagen Wenn es euch gefallen hat Daumen rauf Vergesst nicht zu abonnieren Guckt die Playlist durch Und die ganzen anderen Stuff Das neuste Meerschweinchen Video gucken Also auf die Miris Nicht das hier Und heute war das zehnte Türchen Und wir sehen uns schon Morgen wieder Perfekt So dann würde ich einfach mal sagen Man hört Man stört sich Bis dann Und tschüss auch an alle Pappnasen Die jetzt wieder nicht rausgekommen sind Aber sich beschwert haben Dass sie essen wollen Ja ja Du kannst mich auch mal Jetzt lass mich in Ruhe Ich hab Heu gefunden Heu ist toll Und tschüss Schönen Advent oder so Das ist erst in zwei Tagen Du Pappnasen Das ist mir doch egal Ich hab Heu Ciao